Servus Leute, was geht? Mein Name ist Fanta und ich habe heute für euch Call of Duty, Mono of R2, Freefall of the Web Rundown mit der Tah 21, mit Schalldämpfer und so. Es ist ein ziemlich altes Gäblich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, ob ich euch das schon mal zeigte, aber ich glaube es nicht, weil ich habe es eigentlich erst gespielt gehabt irgendwie vor Bundeswehr und dann, keine Ahnung, habe ich es nie mehr verwendet, glaube ich. Um es gleich vorwegzunehmen, ich bin immer noch ein bisschen krank, also wenn da was mit der Stimme damit passt, tut es mir unglaublich leid. Aber ihr wisst ja, beim Bundeswehr, ja, das dient dazu im Endeffekt, dass man krank ist die ganze Zeit. Gut, ich habe mir überlegt, was ich heute erzählen könnte, ich habe mir gedacht, ich werde ein bisschen was erzählen über das Scharfschießen, also mit einer echten Waffe schießen und dann dachte ich mir, ich erzähle noch ein bisschen was zu dem FAQ, beziehungsweise mache ich einfach beim FAQ weiter, weil ich natürlich ein Thema gehabt habe, also mir kurz ausdacht habe, egal, ich erzähle mal ein bisschen was über das Scharfschießen, beziehungsweise eben mit einer richtigen Waffe schießen und ja, ich habe auch YYTap probiert, also so die Waffe so hochheben, und dann wieder runterlassen und ich habe auch 360 schon probiert und Jumpshot natürlich auch, das gleiche mit Dropshot und ich kann euch mal gleich sagen, dass Dropshot und Jumpshot so Dinge sind, die überhaupt nicht funktionieren. Allein schon, wenn du in, also wenn du anvisierst und dann in die Hockey gehst, ist es schwierig angeaimt zu bleiben, also wirklich auch, boah, bin ich scheiße, bin ich voll in die Klemme gelaufen, aber es ist schwierig da auch angeaimt zu bleiben. Und jetzt kannst du dir vorstellen, beim Jumpshot oder beim Dropshot, das wird nie funktionieren. Und ja, genau, dann Scharfschießen haben wir auch gemacht mit Zielen und, also Präzisionsschießen und einfach nur Ziele abschießen. Und als Boss muss ich natürlich sagen, bin ich präzise like Hell, ich bin praktisch Sniper mit meinem Sturmgewehr. Leider, ich habe echt gar nicht so schlecht abgeschnitten, war zwar nicht der Beste, aber auf jeden Fall sehr gut. Und ich glaube, wir haben, das Ding ist, wir haben, also das läuft ungefähr so ab, dass du ein paar Kugeln kriegst und die darfst dann einfach mal verschießen, um Gefühl für die Waffe zu bekommen. Das sind dann halt so, sagen wir mal, jetzt fünf Kugeln, ja, also fünf Quadronen. Und dann kriegst du nochmal so fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, je nachdem, wie du halt, wie es halt ist. Und da schießt du dann halt auf so ein Ziel, ja, und das wird, und da hast du halt die Punkte von null, heißt daneben geschossen, bis zehn voll in schwarze. Und das ist halt ein kleines Zielscheibchen und da schießt halt drauf. Und ich habe von sechs Kugeln, habe ich irgendwo 56 Punkte gehabt, also, das heißt, eigentlich schon relativ gut. Also ich habe da irgendwo zehn, zehn, neun, acht, zehn, neun, irgendwie sowas. Aber es war eigentlich eh schon gar nicht so schlecht, also dafür, dass ich das erste Mal mit der Waffe geschossen habe, da hat mich dann halt so gefragt, ob ich wohl Jäger bin und so halt öfter damit schießt. Ich bin einfach professioneller Call of Duty Pro. Nein, das ist halt auch nicht. Da werde ich gefragt, ob ich zu schön öfter gemacht habe und habe ich halt nicht. Also, ich bin schon nicht schlecht in real life mit meiner Gun, ja. Denke ich mir, äh, schon nicht schlicht. Auf jeden Fall ist es interessant, ich kann es euch nur empfehlen, dass er auch mal irgendwie, wenn es die Möglichkeit ergibt, dass er dann mal mit einer Waffe schießt, um da irgendwo auch zu sehen, dass halt viele, das in Call of Duty extremster Schwachsinn ist, aber gerade deswegen macht es ja so viel Fun. So, und jetzt ist auch schon die Hälfte von dem Video rum. Jetzt fangen wir mal mit der Fakume wieder an. Und zwar haben wir letztens irgendwo da aufgehört. Ich weiß gar nicht, macht das einfach weiter von Mehmet Blob. Wann kommt Minecraft? Das hatte ich schon, glaube ich, oder? Das hat man schon, das hat man schon. Äh, Audix Xavier. Schaust du dir eigentlich auch Animes an? Oh, nee, ganz sicher nicht. Auf jeden Fall schaue ich mir Animes an. Ähm, wenn ja, welche? Ja, ich schaue eigentlich relativ viel Anime, Hauptsache, ich schaue ich, Comedy-Edgy und so. Ja, diese, diese Standard-Massenproduktion, weil es einfach unglaublich witzig ist. Ansonsten halt so Sachen wie Death Note und, äh, Soul Eater, Fairytale. Das sind halt so Sachen, die gefallen mir extrem gut. Dann, was hörst du für Musik? Ist alles noch von Ordnig, seh mir, by the way. Was hörst du für Musik? Äh, eigentlich auch alles, äh, sehr gern Rap, äh, Rock, Metal und, ähm, diese Epic-Music habe ich euch hier schon mal zeigt. Und natürlich Nightcore. Ja, was haben wir noch? Lieblingsfußballmannschaft? Ich, ich mag kein Fußball, sorry, Bro. Äh, welche Maus hast du? Irgend so eine Logitech-Maus und hast du Haustiere? Naja, aber ich hätte irgendwie gern Haustiere, muss ich sagen. So, so eine Katze, so wäre schon cool. So, X-Slasher. Denkst du, du wirst beim Bundesnetz zum Rauchen anfangen? Nein, aber zum Rauchen hätte ich eine interessante Geschichte, das werde ich euch vielleicht nochmal erzählen. Ähm, äh, ja, das mache ich aber wann anders, da rede ich dann separat komplett übers Rauchen. Ich glaube, das mache ich nächste Woche. Ich hoffe, das vergesse ich nicht. So, Deluxe. Wie, wie lange spielst du schon Call of Duty, der allgemeinen PS3? PS3 spiele ich, seit die PS3 draußen ist. Äh, ich spiele seit, keine Ahnung, 1999, also da habe ich zu Weihnachten mit 5 Jahren oder 6 Jahren haben wir eine PS1 bekommen. Und seit da spiele ich. Und, äh, Call of Duty spiele ich seit Call of Duty 4. Mein Bruder hat immer in Call of Duty 2 gespielt, dann ist Call of Duty 4 rausgekommen. Dann habe ich auch Call of Duty 4 gespielt, aber ich habe es immer schon auf Konsole gespielt. Wie bist du draufgekommen, mit YouTube anzufangen? Ähm, ja, das habe ich eh schon mal erzählt. Im Endeffekt lege ich es drauf hinaus, dass ich, äh, Kaboom und so geschaut habe und dann irgendwie gedacht, ja, eigentlich, das kann ich sowieso. Dann habe ich mir immer mit dem Handy, äh, Gameplays abgefilmt und ein bisschen was dazu erzählt. Und dann irgendwann hatte ich endlich das Geld zusammen für die ADP VR und dann habe ich halt damit auch angefangen, Videos zu machen. Ja, äh, mein Lieblingsspiel, äh, habe ich gar nicht. Call of Duty, Ni No Kuni, Final Fantasy, das sind so die, äh, Reihen, die ich sehr, sehr gut finde. Elder Scrolls halt, solche Sachen. Mein Lieblingsspiel wirklich habe ich nicht, wirklich. Wie lange spielst du competitive und wie bist du draufgekommen? Ähm, competitive spiele ich erst seit Februar. Habe, muss jetzt eine Pause machen, weil ich mir denke, ich kann es eh nicht grinden und das ist ein Blödsinn, dass ich da, ein Gamebattle-Schnitt-Team spiele und immer nur Sack. Aber, ähm, draufgekommen bin ich einfach durch Leagueplay. Fand ich cool. Weil mir langweilig war in Public und dann Leagueplay habe ich noch, oh, das kann ich nicht und da bin ich scheiße, mal schauen, äh, besser werden. Lieblingssport, ähm, dingens. Mein Lieblingssport, fuck, das weiß ich gar nicht. Ich habe keinen Lieblingssport, ich mache einfach alles gern. Lieblingsfach in der Schule, ich glaube, das reicht. Okay, okay, mein Lieblingsfach war immer, das weiß ich auch gar nicht, Sport, glaube ich, weil es einfach gechillt war, eigentlich mal nicht sitzen, sondern ein bisschen was herumlaufen, ein bisschen was machen. So, so viel dazu von der Leagues. Fizzi, hast du das in die Vegas gekauft oder gratis geloadet? Ah, geloadet, sehr gratis und legit. HS Fans, Sylt, 22. Man spielt mir mit 3 vom Mika. Ähm, ja, keine Zeit, das ist halt so. Ganz ehrlich, null Zeit. Von Memelblub wieder, welches Handy hast du? Scheiße, das Ende, äh, das ist gleich raus. Nein, welches Handy habe ich ihn? Ich habe irgendein so ein ultra altes, ich mag die Tastenhandys ja viel, viel lieber, aber, ähm, jetzt habe ich da irgendwo so ein Touch-Handy und das ist ultra alt und ultra schlecht und kommen wir vielleicht ein neues. So, das war es dann auch schon, glaube ich. Ich muss gleich dazu sagen, heute gibt es kein Intro. Ihr findet die letzten zwei Videos, findet ihr eh auf meinem Kanal und der ist, glaube ich, in der Bildung verlinkt. Und es ist einfach so, dass ich krank bin und der übelst null Bock habe, jetzt noch da irgendwo so etwas zu bearbeiten, weil ihr glaubt es gar nicht, aber das dauert im Schnitt eine halbe Stunde, nur das Outro mal kurz zu bearbeiten. Aber ja, ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, macht es gut, bis zum nächsten Mal, tschüss. Euer Wanda. Ah, krank, tot, sterben.